Goblin Höhle. Schau, wenn man mit dem angreift, kommen meistens Gegner. Jetzt seht ihr bald was passiert, wenn man den zerstört. Jetzt kommt diesen starken Gegner. Ich kann nicht anvisieren. Ah, und den habe ich getötet. Das soll jetzt Glück. Naja. Wenn ich den habe, gehe ich schnell dort. Naja, ich mache schnell noch ein bisschen. Die Zeit vergessen zu beenden, aber ich beginne das Spielende. Mit meinem Leuten. Schuhe berühmere. Ihr seht ihr, das hier können wir nachher. Tanz oder Schwerte produzieren. Außerdem. Bei dem komme ich nicht drauf. Jetzt breiten wir ein Ende. Normalerweise könnten wir es schaffen mit einem Ritterfest und einem Ritterjack. Oder zwei Ritterjack. Naja. Egal. Jetzt beine ich das Spiel. Tsching 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 tsching. Ich mache schnell ein Bild. Ich dachte du gehst dorthin. Ich will Gegner holen. Ihr seht, das ging schnell. Naja. Naja. Da komme ich nicht drauf. Naja. Ich nehme mal einen. Den da. Den ist gut. Eben. Deswegen. Komme ich nicht da raus. Ich klicke irgendwas. Ich mache nochmal. Ihr seht. Einer ist gestorben. Oh. Und die sind jetzt. Na. Genau. Die benutze ich. Oh. Bald bin ich in der nächsten Level. Und wo ist der andere. Auch da ist der Gegendischen Champion. Ja. Die Gegner geben nie ab. Bevor der. Ihr eigener Champion tot ist. Und die verbindet. Champion hat es alle kein Geld. Jetzt den da. Jetzt nochmal. Nein echt. Ah. Ah. Aber ich habe gewählt. Was? Ich glaube der will mich ärgern. Ich mache es lieber so. Nein. Ich glaube ich lieber dir. Naja. Andere habe ich noch. Ich glaube. Fünf Minuten. Zeig mal. Vier Minuten und dreißig Sekunden. Ich töte schneller. Den da. Ich komme schneller. Oh. Da habe ich noch einen. Einen. Er hat ja viele Gegenstände. Den Schild benutzen. Ich hoffe ihr habt das nicht gehört. Ich hoffe ihr habt das nicht gehört. Mal sehen, schauen Sie auf kritische Treffen, nehm ich. Das ist besser als den. Und das da. Jetzt habe ich fast die ganze Rüstung. Und fertig! Sie sind sogar nicht mehr. Sie sind verboten von dem Kaiserreich. Ja, Kronen sind zählig wie Geld. Wo man sehr gut ist. Bewegen. Langreifen. Mir macht Stärke. Und da benutze ich einen Heilsauber. Wie seht ihr. Den nehme ich und den. Ne, ich hole einen. Ich nehme einen einfachen. Ist besser. Zu. Gefolgtplätze. Und hier kommt. Die reiche Wohnen wissen nicht. Wir werden nochmal eingreifen. Eingreifen. Der Weg der Hauptstadt ist frei. Sie müssen dies sein. Und hier seht ihr unser erster Verbündeter. Verbündeter. Ja. Also unser erster Verbündeter im Kampf mitmacht. Kaiserreich. Ich kaufe mal nicht. Ne, den nehme ich nicht. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ah. Diese Adler können auch. Look. Ich nehme mal. Ne, ich kann es nicht. Jetzt seht ihr es. Ihr seht die Verbündeten. Wieso sind sie gut? Na ja. Wir waren untergebaut. Wie da denkst du. Weißt du denn? Und ich sah sie, greifen die mehr. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Das ist schwer. Selbstteilung. Zum Glück greifen die mich an. Weil ich sowieso gut spiele, war das alles vergiftet, nur ich in die, tanzen der Schwertdürr. Ja, ich spiele bei dem Level nicht so gerne, naja, ich beende es mal. Das ist mein Reich. Naja, ciao.